Am Freitagabend kamen die Teilnehmer wieder in EDAK zusammen, um sich in der Mediennacht auszutauschen. Landesverbände der Jugendpresse waren mit Ständen vertreten und informierten über ihre Aktivitäten, bei denen sich junge Medienmacher in den Bundesländern regelmäßig vernetzen. Das ist eine ganz tolle Gemeinschaft, weil wir eben alle durch dieses eine Interesse hierher gekommen sind. Und man merkt es einfach, wenn man mit den Leuten redet, dass man so einen gewissen Draht hat zueinander. Neben der Schülerzeitungsecker und dem Fototresen hatten auch die Teamer noch etwas für die Teilnehmer mitgebracht. Wir haben uns zum Chantel einen Tanz ausgedacht und somit starten wir jetzt in den offiziellen JMT-Dance 2013. Der Blit-Hinterholz Start! Trotz tagelangen Schlafentzug und endloser Schlepperei sind nämlich auch die Teamer vor allem eins glücklich. Weil das Lächeln am Ende von den Teilnehmern einfach wunderbar war und man sozusagen das, was man die ganze Zeit reingesteckt hat, auch wieder zurückbekommen hat. Später sorgten No-No-Bounds, die dieses Jahr als Best-Newcomer Berlins ausgezeichnet wurden, für Stimmung im E-Werk. Erst nach zwei Zugaben ließen die Teilnehmer sich schließlich von der Bühne. Kommt her, weil hier viele tolle Leute sind. Man viel erlebt, man viel lernt und vor allen Dingen seinen tollen Traum befinden kann.